Okay Leute, ich habe gerade gesehen, was für ein Rotz KuchenTV auf Instagram gepostet hat. Und zwar, KuchenTV hat auf Instagram ihr Bild von sich mit Fortnite-Nerve-Waffen gepostet, wo er drüber die Ukraine markiert hat und wo er noch hinkommentiert hat, dass er Mitfahrgelegenheiten in die Ukraine braucht. Meiner Meinung nach geht sowas echt gar nicht. Sowas ist einfach ekeler. Vor allem als Mensch, der schon in der Vergangenheit in der Kritik stand, weil er es über tote Menschen lustig gemacht hat, macht er sich jetzt gerade einfach über eine Kriegssituation lustig. Anscheinend hat er vor kurzem noch eine Entschuldigung gepostet, die aber meiner Meinung nach nicht anzunehmen ist. Es gibt so viele Videos von Leuten, die erschossen wurden, die tot auf dem Boden liegen von Soldaten, dessen Füße gefesselt wurden. Und KuchenTV macht sich einfach dreist darüber lustig. Ich glaube, ich sollte noch erwähnen, dass er sich erst nachdem er Hate kassiert hat und von vielen Leuten beleidigt wurde, angefangen hat sich zu entschuldigen. Und meiner Meinung nach ist die Entschuldigung inakzeptabel, da er sich in der Vergangenheit schon für viele Sachen entschuldigt hat. Okay, das war jetzt eigentlich das kurze Video. Ich wollte eigentlich nur aufklären, da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass nicht jeder von euch Instagram hat.